Was ist denn, wenn Transparenz tatsächlich mittlerweile ein Wert ist? Wenn gerade junge Menschen sagen, Transparenz ist für uns ein unverzichtbarer Wert. Wir sind nämlich so groß geworden, wir werden in den sozialen Netzen groß. Transparenz ist für uns wichtig. Und eine Partei, die das fordert, angesichts eines Politikbetriebs, der alles andere als transparent ist, wo in Hinterzimmern in der Berliner Republik gekummelt wird, da wird Transparenz ein Wert, ein ganz wesentlicher Wert.